Die Sonne steht blöd. Gott kann nicht fahren. Ja, ich sehe auch so viel, weißt du das? Ein bisschen rechts. Ich unterbreche doch nicht immer. Das ist keine angenehme Fahrweise. Wir sind hier bekloppt. Lass das Auto mal in Ruhe. Das hat ja nichts getan. Immerhin. Wenn die Korte mal ihre Griffel weg tut, sieht man... Ah, nicht ab! Mensch! Ja, den Zeigefinger weg! Nicht aufhören fahren! Also, okay! Sieben... Oder irgendwas... Naja, die Korte kann nicht kontinuierlich fahren. Aber so um die sieben Kilometer rum. Besser gut gefahren als schlecht... Besser gut gefahren als schlecht gelaufen. Ne, besser schlecht gefahren als gut gelaufen. So rum. Tja... 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 Ja? Ja, dann die Richtige. Weißt du, wie gut... Ja, aber... Ja, aber... Halt doch mal grad! Ja, ich... Ja, dann... Ja, jetzt hat sie ein bisschen ausgelaufen. Tja...